Proteine sind Universalgenies. Ohne sie könnten wir uns nicht bewegen, hätten weder Haut noch Haare, könnten keine Nahrung verwerten oder Krankheitserreger abwehren. Proteine gehören zu den Hauptbestandteilen der Zellen aller Lebewesen. Sie sind aus nur 20 verschiedenen Bausteinen aufgebaut. Ihre Struktur ist jedoch so vielfältig, dass sie die unterschiedlichsten Aufgaben erledigen können. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.